Hey Leute, weiter geht's mit Mario Land 3. Ähm, und ich muss euch jetzt was zeigen. Passt auf, der Weg hat gestimmt. Ich kann hier hochklettern. Ich kletter, ich kletter, ich kletter, es passiert nichts. Denn das ist ein Bug, und zwar an der ROM, glaube ich. Was ich benötige, ist ein Hard Reset, das ich jetzt kurz ausführen werde, und dann sehen wir uns gleich wieder hier. So, da sind wir wieder. Ja, ich hab den Hard Reset gemacht und hoffe jetzt, dass es funktioniert. Passt auf. Und? Ja! Geht doch! Verdammt! Oh, böse Wiecher. Nein, 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 nein. Ja, ich hätte die Lösung eigentlich schon lange gefunden. Aber ja, was wir mal machen. Fuck! Wo, wo, wo. Einmal mehr, ein Bug. Oh, jetzt hab ich eine Münze eingesammelt. Juh! Was auch immer, die gut sein mögen. Hör! Geh weg! Da oben ist bestimmt auch einer. Komm, her! Tuck! Ähm, tuck! Da ist auch einer, ja, war klar. Ich will hier nicht nach unten fallen eigentlich. Oh, 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 oh. Dreh dich um. Bums! Bums! Aber was gibt's hier oben, verdammt? Der Weg ist, finde ich, verdammt lang. Hör! Wo? Ah! Aha! Oh, geil! Kann ich jetzt hier einfach nach unten fallen? Oh, ja, sieht so aus. Cool! Oh, cool! Und die Tür ist jetzt hier drin. Ich könnte noch eine Münze mitnehmen. Vielleicht noch eine. Ja, noch eine. Cool. So! Hör! Rote Trüe geöffnet. Ah, schön. Was ist da für ein Kack drin? Wieder so ein Schädel. Hä? Was soll ich damit? Was ist der zweite? Ja, Münzen, schön. Aha, ach, das sind Ringe. Ach so. Sag mir doch das. Was ist das zum Teufel? Hä? Sag auf, Revolve. Aha. Klingt ja irgendwie toll. Nicht. So, es ist wieder nachts. Schön, dass ich das jetzt auch merke, nicht wahr. So. Da ist schon mal die schwarze Truhe, das ist gut. Das ist hier Feuer. Noch ein... Nee, nicht noch mehr Feuer. Was ist das für ein Stein, bitte? Ja, der muss sich anzünden. Genau wie die Fackeln hier. Ach so, ich glaube, ich verstehe schon. Ähm... Anderen Weg gibt's nicht. Nee. Ja, gut. Dann verstehe ich es. So, und so, und so. Einmal. Ach so, ich kann mich hier... Aha, es ist immerhin fair. Aber ich kenne das bei einem Mal hin. Ja, ich glaube, das war gar nicht schlecht. Ja, das war gar nicht schlecht. Irgendwie so einen dünnlichen Ofen. Was ist das hier? Da kann ich bestimmt rein. Sieht ängstigend aus wie eine Totenkopftür oder irgendein... Wie so ein Koopa-Totenkopf oder so. Aber es ist keine Tür, nein. Ja. Und... Aha. Aha. Ja. So kam ich da. Aha, und tack. Noch weiter nach oben. Sieht seltsam aus, das Level. Ja, äh, rühre. Da kann ich auch hoch, verdammt. Was ist das für... Oh! Oh! Klettern! Das muss ich nicht lernen, ich kann das. Aber hier oben gibt's nichts. Gut. Yes, klettern kann er auch. Na gut, wobei ist du ich? Was tust du nochmal? Ach so. Ach so, ah ja, klar. Ja, 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 komm. Ich wollte nur mal wieder kurz sehen. Fuck. Hm, das ist wieder eine tolle Stelle. Das wird ja wieder toll. Nein! Ah! Oh, ich kann die töten. Ach so. Aha. Gut, dann geht's ja. Na. Sie erscheinen immer wieder. Mit anderen Worten, ich kann mich jetzt hier... lange. Lange mit den Dingern rumschlagen. Es sei denn, ich kann sie irgendwie zu üben. So zum Beispiel. Moment, hier, Abkürzung schaffen. Und hier durch, schnell, 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 schnell. What? Ah doch, der muss mich treffen. Komm her. Der muss mich treffen, alles klar. Deshalb lasse ich ihn auch am Leben. Oh, oder auch nicht. Oh, wie war die aussieht, ey. Total creepy. Ah, 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 ah. Muss doch bestimmt nach oben. Auch wenn's nur für eine Münze ist, das ist schon mal gut. Alles klar, und hier unten, ups. Ja, der mit seinem Ess-Ding ist da. Oh, oh. Oh, cool. Oh, cool. Ja, jetzt wieder alles zu... Nein. Komm, trifft mich. Danke. Ja, gut, jetzt kann ich alles wieder zurück, eigentlich. Cool. Oder auch nicht. Ah, nee, ich kann nicht die Muster, wenn der Abkürzung gewesen ist, die ich ja eigentlich nicht frei geräumt habe. Aber habe ich bereits gekommt, wieder vergessen. Ah, komm, geh jetzt da rum zur. Ja, der Ofen wurde resettet, okay. Geht's da? Du hast, danke. Und offen. Wenn ich jetzt nicht irgendwas episches kriege, dann kotzt es mich an. Ja, komm, lass ihn. Ein. Eine... Ist das eine Schwimmflosse? Kann ich jetzt da... Power up. Kann ich jetzt damit tauchen? Sag mir, ich kann damit tauchen jetzt. Kann ich. Kann ich. Ich kann damit tauchen. Endlich. Mit B schneller schwimmen. Ja. Gut, habe ich kapiert. Habe ich kapiert. Da muss ich hin. Und da muss ich hin. Okay. Brücke und, ähm, 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 das Ding hier. Und weil mir dieses Level auf den Sack geht, werde ich das zuerst machen. Also ab nach unten. Oh, na endlich. Oh, oh, oh. Alles klar, ich sehe die Schwierigkeiten in diesem Level. Der Fisch da. Da ist eine Münze. Münze hole ich mir. Oh, leck mich, scheiß Fisch. Ja, was ist das hier? Was komisches, was mir nichts bringt, dann... Leck mich, leck mich Fisch. Da ist Strömung, da komme ich... Bestimmt nicht lang, wollte ich sagen, aber ich will es doch mindestens testen. Nee, komme ich nicht. Ja, da wurde ich unten lang. Aber ich muss ja auch gar nicht aufpassen, weil wegen... Ja, wir haben gar keine Lebensenergie. Ich kann da... Ja, doch, ich kann nur dort schicken. Ja, Strömung. Oben gibt es nichts. Ich komme nur nach unten. Dann gehe ich jetzt mal hier entlang. Hier entlang. Das bringt mir gar nichts. Gut. Neben hier nach rechts. Nee, komme ich auch nicht. Gut, bisher gibt es noch einen Weg. Das ist okay. Nein, ich hätte da oben lang gewollt. Geht aber auch nicht. Hier aus dieser Strömung raus kann ich auch nicht. Also immer noch einen Weg. Alles noch okay. Na, geht doch da hoch. Geht da hoch. Danke. Jetzt hier weiter. Oben durch. Hier. Ja. Los, eine Münze. Das ist jetzt wieder da. Hä? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hier doch. Ja, hier und da und dort und jenes und dieses. Komm. Hoch da. Wo muss ich denn jetzt da bitte lang? Hier doch, bestimmt. Ja, das sieht gut aus. Moment, was gibt es da oben? Gar nichts. Gut. Leute, wir sind richtig. Hopp ich doch. Was gibt es hier? Nee, ich will erst durch die Tür. Durch da. Ja, passt. Ja, zur später Stunde nehme ich noch Wario auf. Das ist nie eine gute Idee. Was zum Teufel bist du? Ein Boss, der nicht zielen kann. Kann ich das? Moment. Zack. Ja, gut. Die hätte ich nicht treffen sollen. Sagt mir das doch einer. Habe ich jetzt gelernt? Okay. Wo bin ich jetzt hier wieder? Ja. Nein, der hätte sich doch gemusst. Ach so. Da komme ich immer wieder zu diesem Raum zurück. Das ist, das ist nett. Danke. Okay, nicht von den Dingern treffen lassen. Habe ich kapiert. Nein. Nicht zweimal durch dieselbe Tür gehen. So, wir versuchen es gleich nochmal. Ich habe keine Ahnung, was ich bei dem tun muss. Regenig sieht der cool aus. Hier, schöne Fuchsstatuen. Ha ha. Hey, lass das. Episch ausgewichen. Was muss ich jetzt tun? Einer verschwindet. Ein WTF. Oh. Oh. Rein aus Reflex habe ich jetzt da drauf. Och, du Scheiße. Zack. Mist. Ja, das war ein Reflex, dass ich den Gegner einfach getötet habe. Und zu. Nein. Nein. Ist ja okay, das darf ich nicht. Ist ja okay. Hab's ja kapiert. Nochmal Schwimmpart. Nochmal Schwimmpart. Mario hat keine Lebensenergie, als keine Sauerstoffanzeige. Was kann der eigentlich, der Typ? Nee, nicht. Hier lang. Mario, was kannst du eigentlich? Außer... Ja, außer fett sein und gierig sein und... Ja, das war's auch schon. Ja gut, in Mario Kart 64 bist du auch ganz gut. Aber ansonsten... Nee. Und nicht getroffen. Dumm. Ja, aber... Primär aufpassen wegen diesen... Dingen da. Oh Mann. Ja, primär aufpassen. Jetzt. Zack. Einfach treffen. Komm, Scheiße, egal. Vorsicht. Und jetzt. Nicht. Kuter nicht. Komm. Zack. Treffer. Oh. Aber stimmt nur... Ja, ich muss ihn bestimmt dreimal treffen und Vorsicht. Mist. Oh, sagst du hier... Oh, random Scheiße. Hier, nein. Ja, da hab ich sogar... Ich gesehen, dass ich den nicht treffe. Ist mir klar, ist mir... Oh, oh, oh. Aber... Ich muss das schnell wie möglich machen, dass das Zeug aus dem Weg ist. Eieiei. Jetzt. Nein, knapp verfehlt. Feuer, Feuer, Feuer und Feuer frei. Post. Zweimal. Oh, nicht da reinspringen, bitte. Nein. Und jetzt. Ja, es reicht. Und komm. Yes, dreimal. Ja, es reicht. Gut. Jetzt kann ich da runter. Kann das freimachen für den Notfall. Und ich habe eine grühe Truhe gefunden, die mir überhaupt nichts bringt. Toll, nicht wahr? Oh, 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 oh. Macht's gut und tschö.